Bitcoin erreicht erneut ein neues All-Time-High, die globale Marktkapitalisierung kratzt an den 3 Billionen US-Dollar und jetzt stellt sich die Frage, geht das Ganze so weiter oder sehen wir jetzt zeitnah doch noch einen Crash? In diesem Video besprechen wir mal, was ich denn persönlich vom Markt aktuell erwarte und warum sehr, sehr viele Menschen da draußen immer noch viel zu klein denken. Und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran! Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Vor einigen Monaten habe ich hier mal ein Video hochgeladen, warum ich der Meinung bin, dass die 50x bis 100x Gewinne zukünftig kommen werden und weshalb Krypto die Chance unseres Lebens ist. Und dieses Video jetzt hier knüpft irgendwo an dieses Thema an, weil aktuell sehr, sehr viele Leute sich die Frage stellen, ob sich der Zyklus nicht etwas verändert hat, weil wir zum allerersten Mal in der Geschichte der Kryptowährungen und vor allem auch Bitcoin ein All-Time-High gesehen haben, noch vor dem Halving. Und das Ganze ist noch nie zuvor passiert. Und jetzt fragt man sich natürlich, gut, wird das Top erst nächstes Jahr sein? Wird das Top eventuell dieses Jahr sein? Und das schauen wir uns heute mal in diesem Video ganz genau an. Bevor wir aber beginnen, auf jeden Fall schon mal auf den Daumen nach oben drücken, um den Algorithmus zu pushen, damit mehr Leuten dieses Video angezeigt wird. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass schon mal gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Hier bekommst du täglichen Input zu neuen Projekten, Portfoliobewertungen, Marktupdates, meine Meinung zu diversen Projekten und das mit Abstand wichtigste beim Investieren, das eigene Mindset. Und wir gehen jetzt gerade auf die 10.000 Abonnenten zu und ich bedanke mich an der Stelle schon mal recht herzlich für jeden einzelnen Support. Wenn wir uns mal allgemein den Kryptospace derzeit anschauen, sieht es wirklich danach aus, als ob alles nur noch steigt. Bitcoin macht ein All-Time-High nach dem anderen. Wir können es ja hier sehen, erst gestern die 73.000 US-Dollar-Marke durchbrochen. Und jetzt gehen wir hier langsam aber sicher immer weiter nach oben. Und immer wieder, wenn wir ein High gebrochen haben, crashen wir kurzzeitig einmal runter und das Ganze wird halt sehr, sehr schnell wieder aufgekauft. Und das Ganze sieht man halt nicht nur im Bitcoin, sondern im gesamten Markt. Wenn wir uns nämlich mal hier die anderen Bereiche anschauen, sei es AI, Rekordzahlen, die hier gemacht werden. In 30 Tagen Nier-Protokoll 132%, in 90 Tagen 214%. Hier Fetch.ai sowieso 341% in 90 Tagen. Singularity.net 283%. Also durchweg haben hier diverse Projekte unfassbar hohe Prozente gemacht. Delysium, 1829%. Delysium habe ich hier auf YouTube gecallt bei 5 Cent. Das heißt, hier sind wir schon bei einem 12x. Absolut crazy, was im Bereich AI los ist. Aber auch im Bereich Gaming. Wir haben es hier gesehen, innerhalb der letzten 90 Tage unfassbar krasse Profits. Hier sieht man es auch bei Floki. Gut, der zählt auch irgendwo zu den Meme-Coins. Aber wir sehen es halt auch bei ganz anderen Projekten. Selbst Galagames als sehr, sehr hoher Cap im Bereich Gaming mit jetzt mittlerweile schon wieder 2 Milliarden US-Solar Marktkapitalisierung. 125% in 90 Tagen. Und auch Memes, die jetzt sowieso in den letzten Wochen hier extrem abgegangen sind, haben hier extrem kranke Prozente gemacht. Und da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, hey, ist da denn jetzt schon Schluss oder fängt das Ganze gerade erst an? Wenn wir uns nämlich mal die Marktkapitalisierung anschauen und die Bitcoin-Dominanz, wo wir uns da aktuell befinden, sind wir zwar von der globalen Marktkapitalisierung fast an dem Punkt, wo wir damals das All-Time-High gehabt haben. Hier standen wir nämlich damals zum All-Time-High bei knapp 3 Billionen US-Dollar. Und jetzt gerade eben haben wir die 2,9 Billionen geknackt. Also es fehlen nur noch knapp 100 Milliarden US-Dollar, um die All-Time-High-Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes zu durchbrechen. Wenn wir uns aber mal die derzeitige Bitcoin-Dominanz anschauen, sehen wir, wir sind noch weit von einer Altcoin-Season entfernt. Und wir können auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, dass die Altcoin-Season sehr, sehr brachial sein wird. Wir haben aktuell eine Bitcoin-Dominanz von 49,55%. Wenn man das Ganze jetzt mal hier mit November 2021 vergleicht, wo wir halt den Peak des Bullruns hatten, beziehungsweise allgemein mal mit November, standen wir hier bei 40% und sogar unter 40% zum High. Und das muss man einfach beachten, dass wir halt hier noch weit davon entfernt sind. Also es wird noch einiges an Kapital in die Altcoins hineinfließen. Natürlich haben wir jetzt die ganzen Inflows durch die Bitcoin-ETFs, wodurch auch Institutionen sehr, sehr viel in den Bitcoin reinpumpen. Nicht nur Institutionen, sondern vor allem die Big Player. Ja, vor allem auch BlackRock schauen wir uns aber gleich auch noch ganz gezielt an. Worauf jetzt natürlich aktuell alle schauen, ist das Bitcoin-Halving, was halt in 34 Tagen voraussichtlich am 17. April stattfinden wird. Und in der Vergangenheit war es halt immer so, dass wir das All-Time-High nach dem Halving erreicht haben. Nach dem ersten Halving hatten wir das All-Time-High erreicht nach 364 Tagen. Nach dem zweiten Halving nach 532 Tagen. Und beim dritten Halving, wo eigentlich die meisten das allererste Mal richtig was mit Kryptowährungen gemacht haben, dauerte es 553 Tage, bis das All-Time-High erreicht worden ist. Jetzt zum allerersten Mal befinden wir uns bei einem All-Time-High noch vor dem Halving. Und jetzt gibt es hier zwei Szenarien, die entstehen können. Zum einen, wir werden einen massiven Crash zum Halving sehen, wovon ich persönlich nicht ausgehe. Und zum anderen, wir werden hier wirklich massive Kurse sehen. Also wirklich Bitcoin bei 200k, 300k, weil halt einfach dieses institutionelle Geld in den Markt hineinfließen wird. Dass wir 100.000 Dollar dieses Jahr beim Bitcoin erreichen, sehe ich als absolut realistisch an. Absolut realistisch. No financial advice, do your own research. Aber lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Glaubt ihr, wir erreichen erst 100.000 Dollar nächstes Jahr oder auch schon dieses Jahr? Wir sind ja nicht weit davon entfernt. Und historisch gesehen hatten wir nach dem Halving innerhalb kürzester Zeit immer wieder eine Verdopplung des Kurses. Was halt aktuell bedeuten würde, dass wir einen Kurs von über 140.000 US-Dollar erreichen würden. Das wäre natürlich absolut krank. Und mehr Menschen würden halt in den Markt hineinkommen. Man sieht es halt jetzt aktuell auch, immer mehr Menschen kommen in den Markt hinein. Immer mehr Retailer wollen in Krypto investieren. Und ich wurde auch schon mal gefragt, wann ist man denn ein Retailer? Ja, schlussendlich sind wir alle Retailer. Ja, jeder, der nicht einer Institution angehört oder Big Player in diesem Markt ist, ist ein Retailer. Was ich aber mit Retailern meine, ist das allgemeine Mindset von Personen. Ein Retailer ist für mich persönlich eine Person, die halt auf gut Glück in Krypto investiert. Das sind halt diese typischen Shiba Inu, Doge, Bonk und ich möchte jetzt hier in einen günstigen Coin investieren, in der Hoffnung, dass ich damit richtig viel Geld mache. Das sind für mich Retailer, die absolut keinen Plan davon haben, wie Krypto funktioniert, die einfach nur investieren wollen, weil sie damit Geld verdienen möchten. Ja, die halt diese Gedanken haben, oh ne, Bitcoin ist mir schon viel zu teuer, der kostet 73.100 Dollar. Und da sehe ich jetzt einen Coin, der kostet 0,0000001. Wenn der mal irgendwann 73.000 US-Dollar wert ist, dann mache ich damit richtig viel Geld. Das sind für mich Retailer. Ja, so und die kommen gerade immer mehr in den Markt. Ich sehe es auf Patreon, ich sehe es in der Telegram-Gruppe. Dort wird darüber berichtet, dass im Umfeld mittlerweile sehr, sehr viele Gespräche geführt werden. Hey, in welche Coins kann man denn investieren? Wie kann man denn starten? Und mittlerweile wird das Marketing von diversen Unternehmen, insbesondere auch Bitpanda im deutschsprachigen Raum, immer weiter angekurbelt. International könnte da aber echt noch viel, viel mehr entstehen. Und das passiert gerade aktuell, dass halt immer mehr Leute in den Markt hineinkommen und das Marketing geht los. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass wir wirklich bei diesem Peak sind. Dass halt überall was von Krypto steht, dass die Medien damit voll sind und jeder um dich herum wirklich von Krypto spricht. Sogar deine Großmutter dich beim Familienessen fragt, in welche Coins man denn investieren sollte. Das ist halt die Zeit, auf die wir alle abzielen. Und wenn wir uns mal hier auch die Zahlen anschauen, ja, insgesamt im ersten Quartal hatten wir jetzt einen Kurszuwachs beim Bitcoin von 71,65%. Also wir haben fast 2023 hier überholt. Und wenn wir uns hier mal die Zahlen anschauen der unterschiedlichen Monate, sind wir hier durchweg positiv. Also ich habe mich ja schon in unzähligen Marktupdates dazu geäußert, dass ich der persönlichen Meinung bin, dass wir ein durchweg grünes Jahr sehen werden, außer es gibt wirklich ein Black Swan Event und es gibt einen globalen Stromausfall oder wir gehen wirklich in eine massive Rezession. Alles wird wertlos. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht dieses Jahr davon aus. Es wird natürlich in Zukunft irgendwo soweit sein. Aber ich habe es auch schon oft gesagt, wir wissen nicht, wie sich der Kryptomarkt in einer Weltwirtschaftskrise wirklich verhalten wird, weil der Kryptomarkt in einer Weltwirtschaftskrise noch nie so existent war, wie er heutzutage ist. Das heißt, dieser Ruf, sein Geld da zu sichern, könnte den Kryptomarkt zusätzlich auch zum Explodieren bringen, selbst in einer Weltwirtschaftskrise. Natürlich hat da kaum ein Mensch Geld und auch der Kryptomarkt wird da bluten, aber ich denke, jeder versteht hier, was ich damit meine. Wo man das Ganze jetzt auch gerade sehr stark sieht, dass immer mehr Retailer in den Markt kommen und dass dieses Marketing, wie gerade eben erwähnt, angekurbelt wird, sind die News. Immer mehr Nachrichten darüber, lohnt es sich in Bitcoin zu investieren, so investiert man in Bitcoin, das sind die richtigen Coins, hier muss man rein investieren und bla 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 bla. Uns fehlt halt wirklich im Markt so ein Projekt wie damals Shiba Inu, womit jede unterschiedliche Börse werben kann und womit eine Masse an Menschen in den Markt kommen wird. Es kann sein, dass vielleicht nochmal das Marketing von Floki angekurbelt wird und darüber mehr Menschen in den Markt reinkommen werden. Ich kann mich noch erinnern, damals gab es sogar Werbeanzeigen von Floki im Frankfurter Airport. Also absolut krass, was damals da an Marketing betrieben worden ist. Und wir sehen es halt auch am Fear and Greed Index, ja, extreme Gier über einen längeren Zeitraum jetzt hier. Letzte Woche extreme Gier, gestern extreme Gier, heute extreme Gier, dauerhaft extreme Gier und die Menschen sind hier extrem gierig, was den Markt angeht. Aber kann man auch niemandem übel nehmen, weil wenn man solche Zahlen sieht und es gibt ja sehr, sehr viele hier auch unter den Zuschauern, die sowas das allererste Mal miterleben, ja, und jetzt wirklich mal sehen, wovon ich im letzten Jahr immer wieder gesprochen habe, dass halt dieser Markt grundsätzlich nur Bullish sein kann, dass es keinen Grund gibt, nicht Bullish zu sein. Und jetzt fühlte man das mal richtig. Ich kann mich noch an Kommentare erinnern, auf die Marktupdates, die ich letztes Jahr gemacht habe, wo ich halt gesagt habe, hey, der Bullenmarkt hat begonnen und nächstes Jahr sehen wir ganz, ganz große Zahlen und alles ist der Anfang. Da haben viele Leute drunter geschrieben, nee, solche Zahlen sind absolut unrealistisch und jetzt sind diese gleichen Leute halt super, super Bullish, was diese Zahlen angeht. Und ich bin der Meinung, dass dieser Zyklus sich komplett verändert hat, in dem wir uns jetzt aktuell befinden und wir werden uns nicht mehr in diesem gleichen Zyklus bewegen. Das alles hier war hauptsächlich vom Retail angetrieben. Mittlerweile sind aber hier ganz, ganz andere Spieler auf diesem Spielfeld. Vor allem hier BlackRock, die halt mittlerweile mehr Bitcoins halten als MicroStrategy und Michael Saylor. Insgesamt 198.000 Bitcoins hält BlackRock und die kaufen halt immer weiter ein. Und die Antwort von Michael Saylor, wer hätte es gedacht, er will nochmal für 500 Millionen US-Dollar Bitcoins nachkaufen, um dann noch mehr Bitcoins zu besitzen. Also es ist absolut krank, was hier für Summen in diesen Markt reinfließen. Aber das Ganze ist immer noch komplett der Anfang. Denn wenn wir uns überlegen, wir haben aktuell eine Marktkapitalisierung von 2,9 Billionen US-Dollar. Wenn wir uns mal die globale Marktkapitalisierung der größten Unternehmen weltweit anschauen, übertrifft diese über 103 Billionen US-Dollar. Also es ist mehr als das 30-fache wie die aktuelle Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes. Jetzt hat hier Bitcoin auch Silber von der Marktkapitalisierung überholt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in diesem Bullrun hier auch sehr weit nach oben steigen. Gold werden wir definitiv als Asset in diesem Bullrun nicht überholen, aber sehr wahrscheinlich in Zukunft. Weil hier wird noch so unfassbar viel Geld in diesen Markt hineinfließen. Wenn wir uns mal angucken, Pensionsfonds, die bis 2025 über 61 Billionen US-Dollar verwalten sollen. Diese können zukünftig ja auch in Bitcoin investieren durch die ETFs. Da wird einfach diesem Geld den Weg freigemacht, in den Kryptomarkt hineinzuflüßen. Natürlich wird es nicht so sein, dass die in irgendwelche Meme-Coins investieren. Aber der globale Kryptomarkt wird dadurch steigen. Und der Markt ist immer noch super klein. Ich habe das Ganze hier damals auch in einem Video gezeigt. Insgesamt nutzen aktuell rund 300 Millionen Menschen die Blockchain. Und es gibt 82 Millionen Nutzer von Blockchain-Wallets. Ich gehe davon aus, es gibt noch ein bisschen mehr. Aber gut, sehr, sehr viele Menschen sind ja auch ausschließlich nur auf einer Börse angemeldet. Wenn man das Ganze mal mit den Internet-Nutzern weltweit vergleicht, bewegen wir uns hier auf dem Level wie 1999 bzw. 2000. Also das Beste überhaupt kommt erst noch. Diese ganzen Unternehmen, die heutzutage hier ganz oben mit dabei sind, die waren zu dieser Zeit hier noch super, super klein. Und da muss man sich jetzt einfach mal überlegen, was in Zukunft hier wirklich noch entstehen wird. Das Ganze kann man sich gar nicht richtig ausmalen. Und wenn man mich jetzt fragt, wie glaube ich, wird sich der Zyklus entwickeln, sehen wir nächstes Jahr im November erst das richtige All-Time-High. Und dann krachen wir nach unten und sehen wieder einen Bärenmarkt, wo sich gefühlt kein Mensch mehr um Krypto schert und niemand mehr davon was wissen möchte. Ich glaube, dass durch diesen Bullrun und insbesondere jetzt seit 2024 die Zeit angebrochen ist, wo sich jeder für immer für Krypto interessieren wird. Warum? Weil halt einfach jetzt ETFs da sind. Es ist halt nicht einfach nur noch Magic Internet Money, womit irgendwelche Menschen versuchen reich zu werden. Nein, es ist ein reales Asset geworden und das große Geld kommt in den Markt. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt in einem Markt sind, der kontinuierlich steigen wird. Ich habe es damals ja auch gesagt. Es gibt keinen Grund, nicht bullisch zu sein in diesem Markt, weil dieser Markt ist darauf ausgelegt, dass er nur wachsen kann. Seit Bitcoin entstanden ist, haben wir hier dauerhaft steigende Preise. Und dass Bitcoin in einigen Jahren und Jahrzehnten mal siebenstellig kosten wird, sehe ich absolut realistisch an und ist eigentlich auch logisch. Logisch, wenn man überlegt, wie rar dieses Asset ist. Und da sind halt eine Million US-Dollar pro Bitcoin gar nicht so unfassbar hoch. Wird natürlich jetzt nicht im nächsten Bullrun geschehen, aber wenn wir mal 10, 20 Jahre weiterdenken, dann ist das grundsätzlich möglich. Und ich gehe halt persönlich davon aus, dass wir jetzt eher steigende Kurse sehen werden und zwischenzeitlich immer mal wieder kleinere Korrekturen sehen werden, aber nicht mehr diesen Zyklus haben. All-Time-High, alles kracht runter, dann ist der erstmal unten in so einem langen Bärenmarkt und dann geht es halt wieder mit einer Rallye nach oben. Das Ganze wird halt genauso wie der gesamte Markt in einer kontinuierlichen Rallye weitergehen. Nur, dass sich diese Korrekturen und Aufschwünge immer weiter verringern von der Zeitspanne her. Ja, dass einfach das Ganze viel, viel kürzer wird. Weil man muss halt überlegen, die Welt ist schnelllebiger geworden. Aktuell, der Datenaustausch erfolgt viel schneller. Die Möglichkeiten, die da sind, sind immer, immer krasser. Und das muss man einfach hier bedenken, wenn man überlegt, gut, wie verhalten sich denn die Zyklen in Zukunft? Ich glaube, wir werden halt dieses Jahr schon ein massives High sehen. Dann werden wir eine kurze Korrektur haben. Danach werden wir wieder auf ein neues High gehen. Und das Ganze wechselt sich dann immer und immer wieder ab. Kann das ganz anders aussehen? Natürlich. Es sind letztendlich nur Thesen, die man hier aufstellt, weil wir wissen halt gar nicht, was zukünftig passieren wird, weil wir halt keine Bezugspunkte aus der Vergangenheit haben, die wir hier hinzuziehen können. Weil, wie gesagt, wir befinden uns aktuell zum allerersten Mal in der Geschichte des Bitcoins an einem Punkt, wo wir das All-Time-High erreicht haben, noch vor dem Halving. Und vor allem auch weit vor dem Halving. Und ich glaube, wir werden hier im nächsten Run Kurse sehen zwischen 140.000 bis sogar 250.000 US-Dollar. Es kann sogar noch krasser werden. Ich glaube, viele von uns können sich noch gar nicht richtig ausmalen, was da wirklich entstehen wird. Und was für mich persönlich halt am interessantesten ist, was halt mit diesen ganzen Bereichen dann passiert. Also wir werden hier Marktkapitalisierung sehen, Vervielfachungen sehen, bei so vielen Projekten, die wirklich abnormal sein würden. Also ich bin der persönlichen Meinung, 10 Billionen US-Dollar werden wir an Marktkapitalisierung in diesem Zyklus erreichen. Und dann werden wir vielleicht runterfallen auf 6 Billionen US-Dollar. Ja, und dann geht es halt wieder weiter nach oben. Außer es kommt wirklich eine globale Rezession und alles geht krachen und alles wird wertlos. Dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber wir sind jetzt in dem Stadium angekommen des Kryptomarktes, wo es ein ernstzunehmender Markt geworden ist und wo wir eigentlich kontinuierlich nur ansteigende Kurse sehen. Und wie gesagt, der Markt ist noch so unfassbar klein im Verhältnis zum gesamten Finanzmarkt. Und das sind ja hier nur Unternehmen. Immobilien sind da ja noch nicht mal mit einberechnet. Und das sind ja auch mehrere hunderte Billionen, die alleine im Real Estate Market drin sind. Und das muss man hier einfach bedenken. Ja, und ich bin super bullish, was die Zukunft angeht. Ich bin super bullish, was dieses Jahr angeht. Aber man muss natürlich immer einen Plan A und auch einen Plan B als Alternative haben, um auch kurzfristig reagieren zu können. Langfristig planen, kurzfristig agieren. Und wenn du wissen möchtest, wie meine Schritte so im Kryptomarkt aussehen, welche Projekte ich kaufe, welche ich verkaufe, wie meine persönlichen Exit-Strategien aussehen, dann werde gerne Patreon. Denn auf Patreon teile ich das Ganze. Ich teile dort, wann ich Projekte kaufe, wann ich sie verkaufe. Im Diamond Tier teile ich meine dazugehörigen Exit-Strategien. Ich teile dort jeden Monat mein persönliches Portfolio. Ich teile dort exklusiven Content, zusätzliche Krypto-Guides. Und jede Woche Donnerstag, sprich auch heute, findet ein Q&A-Livestream statt, wo du mich alles fragen kannst, was du möchtest. Also check es gerne aus. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Welche Marktkapitalisierung werden wir beim Peak dieses Bullruns im Crypto-Space sehen. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Wie gesagt, wir sind auf dem besten Weg zu den 10.000 Abonnenten. Und an der Stelle herzlichen Dank für jeden Einzelnen, der mich dabei unterstützt. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne einmal hier das letzte Video an, was ich hochgeladen habe. und einmal hier die Playlist mit allen Portfolio-Bewertungen. Das war es auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns morgen im nächsten. Peace. Ciao, ciao.